Wir sind in dieses schöne Haus gegangen. Mein Liebster hat immer eine gute Nase für die besten Plätze. Wurden wir von einer Gruppe Berserker entdeckt? Elendes Pack, sie haben uns alles genommen, weil es Ilex enthalten könnte und fühlen sich wie die Herren hier. Zu zweit könnten wir sie nicht besiegen. Ihr Land, unser Land. Blödsinn. Wir waren zuerst hier. Mein Liebster und ich müssen zusammenhalten. Wir können nur einander trauen. Ja, das ist der Grund, warum die mich quasi instant angegriffen haben. War uns aber schuld, ne? So, jetzt ist mein Haus. Kappa. Ach. Oh, ist schön eingerichtet hier. Tut mir ja schon ein bisschen leid für die, ne? Okay, hier kannst du nichts rausnehmen. Ah, hier war noch das Klebeband. Goldener Kelch. Ernsthaft? Wow. Die brauchen das Zeug ja nicht mehr, ne? Oh. Joach. Haben die sich ein schön großes Haus ausgesucht, würde ich mal sagen, ne? Da vorne ist schon wieder ein Raptor. Oh, ein Goethe. Aber man merkt, das klappt mittlerweile besser. Oh, wasser? 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 Schön, dass du mal wieder reinschust. Freut mich. Da war noch mal so'n Köter, den man auch trägt. Ach, das ist ja nur so'n Jünger. Wow. Wieder super. Und selbst, ja, mir geht's auch so'n wieder soweit ganz gut grade. Hab' schon erzählt, dass heute ging's mir den Tag um mal nicht so berauschend, aber... Mittler Kopfschmerztablette und, äh, na, schön heißt Dusche ging's dann wieder. Oh, irgendwo da ist der anscheinend. Oh... Oh... Oh, oh... Oh! Oh, oh... ticke ich das Vieh ah schön, er hat gerade gespeichert, das ist sehr gut ah, da ist wieder dieses komische Vieh ein Hasher wisst ihr was, Leute, das probieren wir jetzt mal der hat nämlich gerade gespeichert wow seht ihr euch das an? der hat nur ein ganz minimales Leben verloren, guckt euch das an WT fucking F, ey unfucking fassbar man siehe, die Hasher sind definitiv noch zu stark ach du kacke, ey alter Falter eieieieieiei es lebt oh mein Gott ja, Gina, ich freu mich auch, dass er endlich mal wieder da ist das freut mich ehrlich schön, dass der liebe Mucki endlich mal wieder reinschaut ok, also Hasher, fernhalten was 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 äh, hallo wow 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 was zum geiern ist los bei dir? wow 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 Unglaublich Sehr gut Also meine Lieben Ich geh nochmal ganz kurz auf die Toilette Und dann machen wir das ganze Spiel nochmal Und dann liegen die zwei Das schwör ich euch 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 Das ganze Spiel nochmal Oh mein Gott Nein Gina Nicht das ganze Spiel nochmal Bist du wahnsinnig Wow das sind drei Stück What the fuck Das ist eine aktive Strahlung Verbrennen Vergiften Haben die eigentlich mal irgendwas nicht dabei? WTF Also die muss ich wenn dann einzeln pullen Das hat keinen Sinn Da muss ich gucken ob ich die irgendwie einzeln pullt krieg Aber in der Masse kriegst du die Christen nicht hin Kannst du genicken Vier Stück Alleine? Ne Was? Ah einer steht Ah zwei sind oben Zwei sind unten Oh Mann Oh Mann Ich glaub das wird nix Leute Tut mir leid Nicht wenn's vier sind Ja ne da kommen auch direkt alle vier Das ganze kriegst du noch nicht mal alleine gepullt Ja das ganze Regen Was ist das? Schade, 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 Ne, also Leute, das wird nichts, da bin ich dann doch noch, also einen würde ich glaube ich hinkriegen, aber zwei ist dann doch noch zu viel, Schade, na gut, dann nicht, dann eben nicht, na gut. Ach, fick dich.